So meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Es geht um das Belohnungsevent. Wie wir es damals schon auf dem Server gemacht haben, werden wir das Ganze hier natürlich jetzt fortsetzen, aber in einer anderen und in einer aufwendigeren Form. Das heißt für dich. Wenn du uns auf den Social Media Plattformen folgst, wie Instagram, TikTok, Facebook oder auch aktiv im Discord bist und die Textkanäle verfolgst, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass du einer mit der Ersten sein wirst, die immer die wichtigen Informationen parat haben, um auf dem Server die geilen Belohnungen abzusahnen. Das heißt für diejenigen, die uns überall folgen, die auch überall aktiv sind, die werden natürlich den Vorteil genießen, auf dem Server bei den Belohnungsevents ordentlich abzusahnen. Möchtest du ordentlich absahnen, dann solltest du uns jetzt überall folgen. Die ganzen wichtigen Informationen findest du nicht nur unter unserem Link von Linktree oder auf unserer Homepage. Nein, du findest das Ganze auch gebündelt hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Also, wir starten bald das Event. Bleibe dran, folge uns überall und du wirst einer der Ersten sein, der das hier absahnen kann. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.